Hi ich bin Thomas und heute schauen wir uns ein SFX Netzteil von Corsair an. Das sind aktuell mit die kleinsten Netzteile die man heute in den Computer verbauen kann und die auch einer Norm entsprechen. Ja einige von euch kennen vielleicht Pico-BSUs, aber einerseits sind es wirklich Netzteile für den Nischenmarkt und andererseits bestehen diese aus zwei Netzteilen, einen externen Netzteil und einen internen Netzteil, die erst kombiniert zusammen das Netzteil ergeben. Somit sind die SFX Netzteile aktuell die kleinsten Netzteile, die ihr in Standardgehäuse verbauen könnt und intern verbaut werden. Bevor wir uns die Testergebnisse ansehen, würde ich gerne allen, die hier das erste Mal einschalten, einen Überklick geben, wie wir testen und was euch erwartet. Wir verwenden für unseren Netzteiltest eine eigene Chroma Teststation, wie sie auch von den Netzteilherstellern verwendet wird. Darüber hinaus verfügen wir noch über eine zweite kleinere Teststation, die steht sozusagen hier neben meinem PC im Homeoffice. In dem Video fasse ich die Testergebnisse zusammen. Den ausführlichen kompletten Test mit weiteren Diagrammen, Bildern und so weiter findet ihr aber in der Beschreibung verlinkt. Nun zum Video. Den Ablauf blende ich euch einfach am besten ein. Ihr findet aber auch direkt Links zu den entsprechenden Stellen in der Beschreibung. Für das Video habe ich das SF450 mit 450 Watt ausgewählt. Die Wattklasse dürfte für die meisten am interessantesten sein. Das SF600 und das SF750 haben wir auch getestet. Die Ergebnisse findet ihr dann im bereits erwähnten Test verlegt. Die Netzteile sind sonst ähnlich und die grundlegenden Aussagen bleiben gleich. Auf größere Unterschiede gehe ich an entsprechender Stelle im Detail ein. Beim Lieferumfang haben wir neben dem Netzteil selbst ein Satz modularer Kabel, ein Kaltgerätekabel, Schrauben, eine Stofftasche, zwei Varianten Kabelbinder, dann gibt es noch einen Aluminium Sticker und ein mehrsprachiges Handbuch. Außerdem findet ihr einen Adapter von SFX auf ATX. Mit dem Adapter ist es dann möglich, das Netzteil auch in ein normales Standard-ATX-Gehäuse einzubauen. Die Kabel sind alle einzeln gesleeved und die Verarbeitung ist eigentlich ganz gut. Bedenkt aber, dass die Kabellängen für kleine Gehäuse gedacht sind und nicht für große, deshalb wenn ihr ein so großes Gehäuse verwenden wollt, die Kabel einfach nicht ausreichen. Die Version mit 450 Watt Leistung kann auf der 12-Volt-Leitung die kompletten 450 Watt auch bereitstellen, damit haben wir es hier mit einem Single-Way-Netzteil zu tun. Kombiniert auf 3,3 und 5 Volt haben wir 100 Watt Leistung, falls ihr da mehr benötigt, die leistungsstärkeren Varianten bieten hier bis zu 130 Watt. Üblicherweise sollten aber die 100 Watt Leistung auf 3,3 und 5 Volt vollkommen ausreichen. Wo wir jetzt bei den Spezifikationen sind, können wir uns auch passend dazu die Schutzschaltung ansehen und wie die Abschaltpunkte sich dazu verhalten. Beginnen wir mit dem Schutz vor Überlastung, der OPP. Hier schaltet das Netzteil bei 610 Watt ab, dabei fällt die Spannung auf der 12-Volt-Leitung geringfügig auf 11,84 Volt. Bleibt damit aber noch innerhalb der ATX Spezifikation. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen, schaltet das Netzteil bei Überlast auf 12-Volt-Leitung bei 576 Watt bzw. 48 Amp ab, also geringfügig unterhalb der OPP. Die Spannung verhält sich relativ stabil und fällt auf knappe 12-Volt ab. Die OCP auf der 5-Volt-Leitung schaltet bei 26,5 Ampere ab, die Spannung bleibt dabei unverändert. Auf 3,3 Volt wiederholt sich das Ergebnis. Hier schaltet das Netzteil bei 28,5 Ampere ab und die Spannung bleibt hier auch absolut stabil. Auf Kurzschlüsse reagiert das SF450 gut. Hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu berichten. Vielleicht ist aber erwähnenswert, dass ein Kurzschluss auf der 5-Volt-Standby-Leitung zu einem Neustart des Netzteils führt. Die SF-Serie ist bei 115 Volt Eingangsspannung 80 plus Platinum zertifiziert und wir sehen, dass das SF450 auch auf diesem Niveau agiert. Der höchste Wirkungsgrad wird bei 40% Last erreicht. Bei 50% Last fehlen aber 0,3% zu den eigentlichen Platinum Vorgaben. Dies liegt aber innerhalb der 0,5% Toleranz. Bei 230 Volt Eingangsspannung erreicht das SF450 ab 25% Last durchgehend über 92% und ungefähr zwischen 35 und 70% Last sogar über 93%. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ganz gut. Ab 35 Watt sind wir über 80% und ab 80 Watt Last sogar schon bei einem Wirkungsgrad von 90%. Kommen wir zu dem Spannungsverhalten des SF450. Bei der Spannungsregulation ist es relativ unspektakulär. So wie es sich für ein hochwertiges Netzteil gehört sieht der Spannungsabfall ganz gut aus. Auf allen Leitungen ausgenommen auf der 5V Standby Leitung bleibt der Spannungsabfall unter 0,5%. Ein guter Wert und weit weit weg von der 5% Grenze der ATX Spezifikation. Bei Crossload Lasten bleibt das Ergebnis eigentlich unverändert. Das SF450 zeigt sich hier absolut unbeeindruckt. Bleibt noch bei der Spannung die Restfälligkeit. Auf der 12V Leitung liegt diese hier zwischen 20mV und maximal 43mV. Erlaubt sind hier 120mV Restfälligkeit. Also deutlich unter der Spezifikation. Auf 3,3 und 5V sind das mit 11 bis 23mV. Auch deutlich unter der 50mV Grenze für diese Leitung. Insgesamt also gute Ergebnisse, die absolut innerhalb der Spezifikation liegen. Bei der Lautstärke wird es hier etwas komplizierter, denn hier unterscheiden sich die drei Modelle voneinander durchaus signifikant. Da es sich hier um SFX Netzteile handelt, schränken schon alleine die Dimension des Netzteils die Lüftergröße ein. Die SFX Serie besitzt einen 92mm Lüfter mit Serophane Modus bzw. auch als Semi-Passiv Modus bezeichnet. Der Lüfter startet erst bei einer gewissen Last. Die Lüftersteuerung ist dabei Last und Temperatur gesteuert. Deshalb gibt es zwei Betriebsarten. Bis zu einer Last von 90 Watt dreht der Lüfter nicht, startet dann. Und kann aber dann, sobald dieser wieder unter 90 Watt Last fährt, abhängig von der Temperatur auch weiter mit 600 Umdrehungen pro Minute drehen. Ab 90 Watt Last dreht der Lüfter mit über 1200 Umdrehungen pro Minute. Maximal erreicht der Lüfter hier im Test unter Volllast etwas über 2245 Umdrehungen pro Minute. Das hört sich gravierender an als man das sonst kennt, weil die 120 oder 140 mm ganz andere Drehzahlen haben. Aber insgesamt ist das Netzteil zwar wahrnehmbar, aber für ein SFX Netzteil noch leise. Bei den 600 und 750 Watt Versionen sind die Lastpunkte und Drehzahlen aber anders gesetzt. Persönlich würde ich empfehlen dies bei der Konfiguration eures Systems zu berücksichtigen. Denn im Fall der Fälle könnte es sich erweisen, dass ein auf den ersten Blick überdimensioniertes Netzteil hier bei der Lautstärke Vorteile zeigt. Bei den Netzteiltemperaturen bewegt sich das SF450 in guten Bereichen. Da kennen wir höhere Temperaturen von ATX Netzteilen. Wenn man hier also die Abmessungen berücksichtigt, ist das überraschend gut. Wir haben hier einen kleineren Hotspots am Gehäuse. Nichts Auffälliges. Selbst am Trafo im Inneren des Netzteils bleibt die Temperatur bei ungefähr 62 Grad Celsius. Das sind für die Dimension richtig gute Werte. Kommen wir zum Fazit. Mit der SF Platinum Serie ist Corsa eine rundum gute Netzteilserie gelungen. Die auch als eines der ersten Platinum Wirkungsgrad in so kleinem Maßstab bietet. Bisher gab es dies nur bei den größeren SFX L und bei den kleineren SFX nur Gold. Beim Wirkungsgrad kann man auch nicht meckern. Die Spannungen sind in jedem Punkt hervorragend. Die Restwelligkeit ist gut, die Schutzschaltung auch. Und die größeren Modelle bieten noch viel Spielraum nach oben. Einzig bei der Lautstärke haben wir bauartbedingte Grenzen. Trotzdem hat Corsa hier eine insgesamt gute Lösung bereitgestellt und überzeugt mit viel Leistung auf wirklich geringen Raum. Damit wären wir am Schluss angelangt. Falls ihr Fragen zum Test dem Netzteil oder Verbesserungsvorschläge habt, freue ich mich auf die Kommentare und verabschiede mich bis zum nächsten Netzteiltest. Bis zum nächsten Mal.